Betriebssysteme gibt es wie Sand am Meer. Trotz der Vielfalt gibt es doch einige wertvolle Perlen darunter. Das System, welches wir uns heute anschauen, nutzt Nala zum Installieren und Updaten, ist eine Rolling Release Distro basierend auf Debian und kommt aus Deutschland. Ob das System überhaupt alltagsfähig und nutzerfreundlich ist, das erfährst du hier in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist 2023 und damit nochmal nachträglich an alle ein frohes und gesundes Neues. Auch dieses Jahr geht es weiter mit Sonntags-OS und vieles, vieles mehr. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen vor und hoffe, dass ich das zeitlich irgendwie hinkriege. Aber gemeinsam schaffen wir das. So, und heute ist wieder Zeit für eine Vorstellung eines weiteren Betriebssystems. Und ich habe mir da was ganz Tolles mal rausgesucht. Und zwar habe ich gefunden ein Betriebssystem namens Seduction. Und Seduction werden wir heute mal installieren. Und zwar auf richtiger Hardware. Ich installiere ja Betriebssysteme quasi nur noch sehr, sehr selten in eine virtuelle Maschine. Sondern wirklich, ich habe da einen alten HP-Rechner, den ich dann hier noch unterm Tisch habe. Und den nehmen wir einfach. So, Seduction ist mir jetzt aufgefallen, weil das gerade bei DistroWatch.com ein Update wieder erfahren hat. Und ich kannte das tatsächlich noch gar nicht. Es scheint aber doch ziemlich lange schon dabei zu sein. Und das hat mich interessiert. Denn es kommt aus Deutschland und basiert auf Debian Unstable. Auf Seduction.org finden wir eine wunderschöne Seite, die das Betriebssystem auch vorstellt. Sollte sie bei dir auf Englisch sein, dann einfach hier oben auf das kleine DE klicken. Das sieht man jetzt nicht hier. Würde dann DE stehen. Das sieht dann wahrscheinlich so aus. Genau. Ja, hier einfach auf DE klicken. Und dann hat man das Ganze auch auf Deutsch. So, ja, die neueste Version ist jetzt Ende 2022 rausgekommen. Und dann nennt sich Masters of War. Und zwar basierte der Codename des Betriebssystems in jeder Version immer auf einem Rocksong. Und Masters of War ist ebenfalls einer, ich glaube, von Bob Dylan. So, dann bevor wir jetzt hier richtig loslegen, will ich mal ganz kurz schauen, was ist eigentlich jetzt so besonders? Warum ein weiteres Debian? Warum ein weiteres Betriebssystem? Und zwar Seduction, kommen wir erstmal zu dem Namen. Seduction, wie kam es zu diesem Namen? Das haben die hier sehr schön beschrieben. Und zwar SID ist ja der Codename für Unstable. Das wird dann hier nochmal beschrieben. Von Debian Unstable, da sagt man auch immer SID. Und ja, Seduction ist quasi die Verführung. Und das ist im Prinzip dieses Wortspiel, diese Unstable-Verführung quasi. Und damit ist Seduction, ja, man könnte sagen, ein Rolling Release Debian. Das ist quasi ein rollendes Debian und kein, ja, mit festen Versionsnummern. Und hier ist auch noch eine Anmerkung dabei. Da es sich bei Seduction eben um einen unstabilen Zweig, also einen Unstable-Zweig handelt, sollte man die grundlegende Verwendung des Terminals schon kennen. Und dass die Nutzung des Terminals bei Seduction durchaus auch Spaß macht, das werden wir dann gleich wahrscheinlich noch rausfinden. So, dann gibt es hier noch eine kleine Hintergrundgeschichte. Also seit 2011 gibt es das Projekt Seduction, ist aus der AptoSid-Community entstanden. Das ist ein Projekt geforkt worden, welches dann eben auch sich Debian Unstable versprochen hat. Da gibt es dann noch eine Geschichte dazu. So, was haben wir sonst noch? Ich gucke mal bei Neuigkeiten. Es hat ja jetzt erst ein Update gegeben. Und hier haben wir dann auch nämlich die Release Notes für die letzte Version, die jetzt rausgekommen ist am 29. Dezember. Also tatsächlich noch ganz frisch und warm noch. So, hier haben wir dann schon mal einen Screenshot, wie das Ganze dann aussehen. Das handelt sich hierbei um KDE Plasma. Und KDE Plasma ist quasi auch die Haupt-Desktop-Umgebung. Gnome und Mate und Cinnamon Desktop werden zwar inoffiziell dann nebenbei noch weitergebaut, aber nicht mehr in den offiziellen Releases mit abgebildet, da es einfach auch ein Stück weit Personalprobleme gibt bei Seduction. Und deswegen konzentriert man sich lieber auf eine Haupt-Desktop-Umgebung, in dem Falle dann KDE Plasma und bietet dann vielleicht noch Alexcute, XFCE und so weiter an. Laden wir den ganzen Spaß mal herunter. Ich gehe mal hier auf Installationsmedien und finde dann hier entsprechend die Abbilder mit KDE Plasma. Alexcute XFCE ist noch mit dabei. XORG nehme ich mal an, da wird so ein ganz einfacher rudimentärer Fenstermanager dabei sein. Und dann gibt es das Ganze noch als, ich nenne es immer als Server-Version, quasi No X, also ohne grafische Oberfläche. So, wir nehmen aber KDE Plasma. Oh, das ist sehr, sehr hell. Und ich lade jetzt einfach diese ISO hier herunter. So, während der am Runterladen ist, möchte ich nochmal zu den Neuigkeiten hin. Und dann nochmal auf das letzte, auf die letzten Release Notes. Und zwar möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen, auf dieses Hintergrundbild. Der Desktop-Hintergrund lehnt sich an, an das neue Design von Debian 12 Bookworm. Ja, welches übrigens so aussieht. Ja, das ist das Debian 12 Bookworm. Da sehen wir hier auch dieses, ja, sieht da ja aus wie so ein Ordner könnte das sein. Ich weiß ich gar nicht. Und hier drinnen steht, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt so richtig lesen kann jetzt hier, ist im Prinzip der Text von Come You Masters of War. Im Prinzip von Bob Dylan, ne? Der Song von Bob Dylan und Masters of War ist hier quasi der, die Lyrics sind hier quasi drin. Und hier auf der Seite steht noch das Wort Frieden in hunderten Sprachen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fine Art und eine sehr, sehr schöne Botschaft, die da auf jeden Fall mit drin ist. So, Seduction of War, da haben wir es jetzt. Das ist die ISO. Dann werde ich jetzt hier einfach meinen Ventoy Stick einmal starten. Und den, ja, die ISO da einfach drauf kopieren, quasi. Das sind drei Gigabyte. Das ist eine ganze Menge. So, dann starten wir mal den Sandisk Cruiser. Das ist nämlich der Stick. Und hier haben wir dann auch Seduction. Normal Mode. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier wird dann schon mal ganz oben beschrieben. Benutzername ist Seducer. Verführer quasi. Und das Passwort ist live. Hoffentlich kann ich mir das merken. Und hier habe ich schon mal die Möglichkeit, ein paar Sachen schon mal anzupassen, bevor ich das System starte, das Live-System. Nehme ich zum Beispiel die Zeitzone. Da nehmen wir Europe. Und Berlin. Dann Keyboard ist DE. Jawohl. Und Sprache ist Deutsch. Finde ich sehr, sehr schön. Deutsch, Deutschland. Und hier kann man dann noch booten. Ja, im Prinzip sind wir schon durch und booten dann das System einfach. Sehr, sehr schön. Finde ich immer sehr, sehr gut, dass man solche Sachen gleich zu Beginn schon auswählen kann. Wow, das war eine sehr, sehr schöne Animation zum Starten. Und ja, das ist im Prinzip das Live-System. Sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Also ich fühle mich hier sofort wohl. Es gibt hier das Seduction Handbuch. Und es ist bereits alles auf Deutsch auch eingestellt. Auch das finde ich wirklich, wirklich schön. Eines der wenigen Betriebssysteme, wo das wirklich auch reibungslos klappt, wenn man das dann zu Beginn auch einstellt. So, hier haben wir den Seduction CH-Root-Helper, den ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe. Hiermit kann man sich dann in eine bestehende Seduction oder Debian-Installation entsprechend auch reinrouten. Falls man zum Beispiel irgendwas abgestürzt ist, der Grab-Bootloader nicht mehr richtig funktioniert oder, oder, oder das Passwort vergessen hat, dann kann man das Ganze einfach die Live-ISO starten und dann hier den CH-Root-Helper einfach doppelklicken, die Festplatte auswählen und dann ist man entsprechend drin. Ich kann ja mal ganz kurz doppelklicken. So sieht das Ganze dann entsprechend aus. Ich mache mal kurz ein bisschen größer. Sehr schön. Ja, dann werden alle Festplatten aus dem System einfach aufgelistet und da, wo dann die Debian-Installation drauf ist, da wählt man dann entsprechend aus, klickt auf OK und dann wird man da entsprechend reingeroutet und befindet sich in der Konsole dann. Also ganz einfach. So, ich werde das Ganze jetzt hier mal abbrechen. Sorry, keine Platte ausgewählt und beenden. Das ist in Ordnung. Und ja, dann wollen wir mal das System installieren und ich sehe schon, es handelt sich dabei sicherlich um Calamaris. Genau. Und Calamaris-Installer ist meines Erachtens auch wirklich der beste und am nutzerfreundlichste, den es so gibt. So, auf Deutsch ist bereits alles eingestellt, basierend auf die Sprache, die wir schon bereits ausgewählt hatten. So, dann haben wir hier die Release Notes. Da haben wir im Prinzip nochmal alles das, was auf der Webseite schon drauf war. Hier ist auch nochmal das Passwort und der Benutzername der Live-Session. Brauchen wir jetzt aber nicht. Sondern ich gehe jetzt hier unten einfach auf Weiter. So, Standort Berlin, das ist in Ordnung. Tastatur ist auch in Ordnung. So, dann sind wir jetzt hier bei der Partitionierung und da können wir jetzt hier aussuchen, was wir dann haben möchten. Wir können eine Partition entsprechend ersetzen. Wichtig ist hier oben dann die richtige Festplatte auch auszuwählen. Die Venus Corp, die möchte ich auch haben. Die 240 GB Festplatte. Und hier gibt es dann ersetzt eine Partition durch Seduction. Man kann dann quasi mehrere Betriebssysteme nebeneinander installieren. Dann gibt es Festplatte löschen oder manuell partitionieren. Ich nehme einfach Festplatte löschen vollständig und sage, ich möchte ButterFS haben. Denn schließlich wird auch Snapper quasi mit vorinstalliert und das macht sich auf ButterFS natürlich am besten. Deswegen kann ich das auch wärmstens empfehlen, gerade wenn es um Datensicherung und Snapshots geht. So, dann kann man das, wenn man möchte, noch verschlüsseln. Das ist dann wichtig, wenn du zum Beispiel Seduction auf einem Laptop installierst. So, das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Dann mache ich jetzt hier weiter. Eine Swap-Partition möchte ich jetzt nicht haben. Die könnte ich machen. Ich könnte eine Swap-Partition mit und ohne Ruhezustand. Ja, also ich kann es ja mal kurz zeigen. Ohne Ruhezustand würde jetzt bedeuten, der macht eine 8 GB Swap-Partition. 8 GB RAM-Speicher ist auch drin. Das heißt, er macht dann eine Swap-Partition, die genauso groß ist wie die Anzahl an RAM, die ich habe. Mit Ruhezustand macht er quasi dieselbe Größe. Manchmal macht er es dann auch doppelt so groß. Ja, das kommt manchmal immer darauf an, wie viel RAM-Speicher du dann hast. Oder es wird eine Auslagerungsdatei verwendet. Das heißt, bei der Installation wird er danach dann einfach ein Swap-Pile erstellen. Und ich nehme jetzt einfach die Auslagerungsdatei. Dann lassen wir das einfach so. So, und jetzt kommen wir zum Benutzer. Mein Name ist Typ. Benutzername Typ, das ist in Ordnung. Der Computername kann jetzt so bleiben. Das ist in Ordnung für mich. Und dann wählen wir noch ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Und möchte auch das gleiche Passwort für das Administrationskonto verwenden. Und dann gehe ich hier einfach auf Weiter. So, hier wird jetzt alles nochmal zusammengefasst. Und hier unten sieht man dann auch nochmal auf ButterFS System Partition. Und ich sage Installieren. Installieren. Und dann heißt es einfach abwarten und Tee trinken. So, die Installation ist durch. Und dann können wir direkt fortfahren. Und machen erledigt. Und dann startet das System auch neu. So, und hier haben wir auch Seduction Masters of Warm mit dem schönen Grub Bootloader, der gestaltet wurde. Und man sieht hier auch meine Debian Installation. Mein NAS Server ist hier auch gleich mit aufgeführt. Das heißt, OS Prober ist hier quasi standardgemäß aktiviert. Und hier schon alleine sehe ich auch schon, welcher Linux-Kernel jetzt geladen wird. Nämlich der 6.1. Wir gucken uns aber gleich nochmal genauer an. Und hier sind wir beim Login-Bildschirm. Sehr, sehr minimalistisch. Sehr schön gestaltet. Das Design passt auf jeden Fall. Dann einmal Benutzername, Passwort und Enter. Und schon sind wir drauf auf unserem System und können jetzt direkt mal loslegen, hier auf Entdeckungstour gehen. So, hier unten sehe ich schon, Bluetooth ist quasi vorinstalliert. Hier ist der Ventoy-Stick noch drin. Mit dem Internet bin ich auch verbunden. Und hier unten ist dann der Firefox-Webbrowser als Standardbrowser vorinstalliert. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ist ein guter Browser. Hier haben wir dann das Terminal, also die Konsole, Dolphin als Verwaltung und die Systemeinstellungen. Hier lässt sich dann das Design auch nochmal anpassen. Und das Schöne finde ich, dass Breeze Dunkel das Standard-Design ist, weil der Dark-Modus ist eben mittlerweile auch sehr, sehr beliebt. Und hier bei Erscheinungsbild kann ich dann natürlich dann auch noch ein paar Sachen dann ändern. Hier ist also Masters of War. So heißt dieses Layout dann auch. So, dann wollen wir mal schauen, was wir alles vorinstalliert haben. Ich möchte mal gleich hier reingehen. So, bei Büroprogramme sehen wir, dass einmal CarMail quasi als E-Mail-Client vorinstalliert ist und dazu eben Kontakt und K-Organizer. Das sind halt die Standard-KDI-Gear-Programme. LibreOffice ist standardgemäß ebenfalls mit drauf installiert. Und das will ich mir auch mal fix öffnen. So, Tipp brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und das ist die Version 7.4, wie es hier schon steht. Wir können hier auch nochmal öffnen. 7.4.3.2 ist eine recht aktuelle Version. Ich glaube, es ist sogar die aktuellste. Aber wir gucken gleich, ob da noch Updates verfügbar sind. So, was haben wir sonst noch? So, bei Büroprogramme war es jetzt erst. Dann kommen wir zu den Dienstprogrammen. Hier gibt es dann auch wieder, also Copy Queue ist hier noch zusätzlich drin. Das ist eine Verwaltung für Zwischenablage. Ansonsten gibt es hier ein Bioboot-Terminal. Da möchte ich mal gucken. Das sieht erstmal aus wie ein normales Terminal. Und hier steht, dass es sich hierbei um ein Text-Window-Manager handelt. Hier unten sieht man das dann auch, dass es hier ist unten so eine Leiste. Und im Prinzip kann man dieses Terminal dann quasi wie eine Desktop-Umgebung oder wie ein Fenstermanager benutzen. Da habe ich mich selber noch nicht mit befasst. Aber du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob du Bioboot-Terminal A kennst und B, ob du es auch selber schon genutzt hast. So, die Emoji-Auswahl ist natürlich bei KDE Plasma standardgemäß mit dabei und lässt sich meines Erachtens auch aufrufen via Super und Punkt, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, Super und Punkt. Also die Windows-Taste und den Punkt drücken und dann öffnet sich ebenfalls die Emoji-Auswahl. Ja, ist ganz nützlich, wenn man dann halt im Chat mal ist und so weiter und mal zwischendurch ein Emoji braucht. Kann man dann einfach Super und Punkt drücken und dann öffnet sich die Emoji-Auswahl und dann kann man sein Lieblings-Emoji auswählen. Finde ich sehr, sehr schön. So, Kate ist der Texteditor, Taschenrechner, dann Cleopatra, die Zertifikatsverwaltung ist mit dabei. Also ist im Prinzip komplettes KDE-Gier mit drin. Sehr schön für mich ist auch K-Tea-Time. Das ist hier unten. Da kann ich jetzt mal schauen, welchen Tee ich denn hier haben möchte. Ich selber trinke sehr gerne Kräutertees. Also werde ich jetzt hier definiert. Die Zeit. Sieben Minuten. Okay. Und im Prinzip, ja, läuft jetzt hier quasi der Teekocher rückwärts. Wir machen mal Stopp und dann schauen wir mal, ob wir hier was einrichten können. Ah ja, perfekt, ne? Hier können wir dann unsere Tees hinzufügen. Und ich werde jetzt hier einfach mal, einfach nur Test eingeben. Weil ich möchte mal wissen, wenn ich jetzt hier einfach nur ein paar Sekunden, machen wir ruhig fünf Sekunden. So, fünf Sekunden Test quasi, Meldungsfenster und, ja, okay. Dann einmal okay. Dann können wir jetzt hier rechtsklicken und dann einfach den Test starten. Und dann nach fünf Sekunden kommt jetzt die Benachrichtigung. Zack, der Teekocher. Tee ist fertig. Finde ich sehr, sehr cool. Also ein sehr, sehr wichtiges Programm, der Teekocher. So, dann haben wir mit vorinstalliert den Midnight Commander. Das ist quasi ein Terminal Dateimanager. So, was haben wir sonst noch? Snapper. Und zwar Snapper GUI ist drauf. Hier können wir dann quasi ganz schnell und ganz einfach ein Snapshot erstellen. So, Create a new Snapshot möchte ich das Root-System. Ich nenne es erst mal erstes Snapshot. Oder besser gesagt, nach Installation quasi. Nach Installation. Ja, da kann man das so schon mal in ersten Snapshot machen. Und dann ist er im Prinzip fertig. Das geht also bei dem ButterFS-Dateisystem geht das wirklich innerhalb von einer Sekunde, geht so ein Snapshot zu machen. Ja, und wenn ich jetzt Änderungen durchführe wie eine Installation und so weiter, dann kann ich immer wieder auf dieses Snapshot zurückgreifen, falls mal irgendwas schief läuft. So, dann haben wir Sweeper. Das ist ja im Prinzip ein Programm zum Aufräumen quasi des Desktops oder des Betriebssystems. So ein Stück weit. Da werden Cache, Cookies und so weiter. Wird dann alles entsprechend geleert. Einfach draufdrücken, bereinigen und dann wird das alles gelöscht und dann ist fertig. Ja, da kann man dann ein bisschen den Cache-Speicher aufräumen. Besonders dann auch, wenn irgendwas mal irgendwann ein bisschen einführt oder langsamer wird. So, dann Vim, Texteditor Vim ist mit drauf. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und der Zim Desktop Wiki. Das sieht eher aus wie genau so ein Notizbuchprogramm. Wir nennen das jetzt einfach mal Notes. Okay. Und ja, das ist quasi so ähnlich wie OneNote gemacht. Und da kann man dann hier entsprechend seine Notizen ablegen oder eben ein kleines Desktop Wiki quasi. Also sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier unter Einstellungen die Systemeinstellungen, Synaptics, Paketverwaltung und ja, einen Alternativeinrichter, den ich mir jetzt aber nicht weiter angucken möchte. Unter Entwicklung, da haben wir Cate als Texteditor. Das ist ja im Prinzip der Standard Texteditor von KDE Plasma und ist im Prinzip die KDE Plasma Entwicklungsumgebung. So, unter Grafik haben wir einmal Flameshot, das Screenshot-Tool. Gimp ist schon vorinstalliert, Inkscape ebenfalls und ein Paint, Color Paint. Das ist quasi, ja, wie Microsoft Paint, nur ein bisschen besser. Eine Farbauswahl, ein Lineal haben wir und ja, DocOcular ist auch mit drauf. So, unter Internet finden wir dann noch den Firefox, den IRC-Client, den IRC-Chat. KDE Connect darf natürlich nicht fehlen. Dann der Conqueror Webbrowser. Ach, das ist so die gute alte Zeit. Ja, hier sieht man auch noch, das Design ist noch von KDE 4, glaube ich. Weiß nicht, ob man den Conqueror überhaupt noch verwenden sollte. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, ob du den auch nutzt. So, dann haben wir noch zusätzlich KRDC, das ist zum Verbinden mit anderen Rechnern. Dann Konversation, das ist auch ein IRC-Client. PayTorrent, BitTorrent-Client haben wir noch und ein SSH-Tool. Kann man den SSH-Server aktivieren und deaktivieren. So, unter Multimedia finden wir den Dragon Player. Schauen wir mal, was das ist. Okay, das sieht ganz nach einem KDE-Programm aus, tatsächlich. Ein sehr, sehr einfacher Medienabspieler, so wie es aussieht. So, dann gibt es noch Elisa Audio Player. Dann noch Yook Audio Player. Brenn-Programm, noch Kaffeine-Media Player. MPV, das ist im Prinzip mein Lieblings-Player, denn das ist quasi Terminal-basiert. Den kann man komplett im Terminal auch steuern. Und der ist wirklich sehr, sehr stabil und unfassbar schnell und flexibel. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann hätten wir noch eine Screencast und den SMP, den SM-Player quasi, und ein Screencast, Voco Screen NG. Ob es jetzt so viele Audio Player und Video Player tatsächlich braucht, muss jeder für sich entscheiden. Kurios finde ich, dass eben der VLC-Media Player, der ja sonst immer standardgemäß überall mit drauf ist, hier diesmal nicht mit dabei ist. Unter System finden wir die, ja, üblichen Verdächtigen, die eben so bei Systemeinstellungen mit dabei sind, wie Discover. Das ist quasi der App Store von KDE Plasma. Artop ist mit dabei als Prozessanzeige, Konsole und so weiter. Also, alles Wichtige ist mit dabei. Und auch JaQuake hier unten. Und JaQuake, genau, mit F12 kann man das dann aufrufen. Und das ist tatsächlich etwas, ich drücke jetzt mal F12 und dann geht es weg. und dann drücke ich nochmal F12, ist wieder da. Und das ist etwas, was ich auch immer sehr, sehr gerne benutze bei meinem Richtenrechner jetzt hier. Und ich glaube, das war es schon. Wissenschaft und Mathematik, da ist nochmal lieber Office Mars mit dabei. Und das sind im Prinzip so die Programme, die vorinstalliert sind. Und das finde ich tatsächlich sehr ordentlich. Es ist nicht allzu viel, aber jetzt auch nicht so wenig drauf. Und damit lässt sich schon sehr, sehr gut arbeiten, nachdem man das Ganze erstmalig installiert hat. So, wir öffnen jetzt mal den, ähm, ein Terminal. So, wir wissen ja, dass Seduction auf Debian basiert. Das ist ja ein Debian Unstable. Und wir haben jetzt quasi schon installiert, allerdings noch keine Updates durchgeführt. Und rein theoretisch könnte ich jetzt ganz normal, wie bei jedem Debian auch, ein sudo apt Update durchführen. Das möchte ich aber nicht, nicht, sondern ich nehme den vorinstallierten, oder das vorinstallierte Frontend für apt, das sich Nala nennt. Also nehmen wir mal einfach Nala und dann Update. So, und hier steht, Typ ist nicht in der Sudoas-Datei enthalten. So, und das liegt daran, dass bei Seduction Sudo gar nicht konfiguriert ist. Wir haben zwar angegeben, dass wir auch quasi Administrator sein wollen. Allerdings ist Sudo nicht konfiguriert. Und das hat Seduction quasi automatisch so gemacht. Das ist quasi eine reine Absicht. Und möchte dann eher, dass Seduction auf die Alternative zu Sudo setzt, nämlich auf die Alternative do as, welche man auch von BSD kennt. do as müsste quasi installiert sein. Das sieht man hier auch schon. Wir können mal probieren, ob do as bereits konfiguriert ist. Ich glaube eher nicht. So, genau. Ist nicht konfiguriert. So, und das bedeutet, wir müssen hier einfach diese Konfigurationsdatei anlegen. Und zwar als Super-User natürlich. So, das machen wir mal. Und sagen jetzt einfach vim slash etc slash do as .conf So, jetzt sind wir in dieser do as Konfigurationsdatei. Und hier kommt jetzt quasi ein Befehl rein. Und zwar die do as Konfiguration ist im Prinzip ziemlich einfach. Die Befehle werden einfach von oben nach unten quasi, ja, ausgelesen. Und zwar mittels Permit. Als erstes das i drücken für einfügen. Und dann machen wir Permit. Dann keepenv. So, keepenv bedeutet quasi, dass die Umgebungsvariablen quasi beibehalten werden. Das ermöglicht dann zum Beispiel auch das Starten von Programmen in, mit Root-Rechten, wie zum Beispiel gparted und so weiter. Dann machen wir als nächstes noch einen Befehl, der nennt sich persist. So, es gibt zwei Befehle, die man hier, entweder persist oder no pass. Das bedeuten, no pass würde bedeuten, dass ich do as ausführen kann ohne Passwort abfrage. Oder bei persist kann ich eine, dann werde ich nach einem Passwort gefragt, bleibt dann aber für die Sitzung oder zumindest für, ja, für die Sitzung im Terminal zum Beispiel, dann erst mal für einen begrenzten Zeitraum gültig und erhalten. So, und zum Schluss noch den Nutzer. Das wäre dann der Nutzer-Typ. und dann war es das auch schon und dann kann ich jetzt im Prinzip untereinander sämtliche, ja, sämtliche Nutzer, ich kann diese Zeilen quasi kopieren und dann sämtliche Nutzer untereinander aufschreiben. Man kann das dann auch in Gruppen machen und so weiter und so fort. Also das ist, man kann verschiedene Gruppen erstellen und bestimmten Gruppen auch bestimmten Rechten noch zuordnen. Da gibt es dann eine ausführliche Do-As-Dokumentation online bei im BSD-Forum und im BSD-Handbuch wird das sehr, sehr schön beschrieben. So, aber das soll erstmal für uns soweit reichen. Ich mache jetzt hier einmal mit X wieder raus und dann Exit aufräumen und dann gucken wir mal, ob das Ganze jetzt hier funktioniert. Do-As dann jetzt hier das Passwort und dann funktioniert das auch und das ist im Prinzip Nala und Nala ist im Prinzip die schönste Alternative zu Upped will ich mal so sagen. Denn mit Nala wirkt das gesamte Update-Verfahren und Upgrade und Installationsverfahren mit dem Upped-Paketmanager ein bisschen aufgeräumter, hübscher auch, ansehnlicher und da macht es dann tatsächlich Spaß auch mit Nala oder überhaupt mit dem Terminal auch Installationen mal wieder zu verwalten. So, jetzt können wir im Prinzip 630 Pakete können aktualisiert werden. Das machen wir jetzt einfach mal mit Do-As Nala Upgrade Dist minus Upgrade und Dist Upgrade gibt es nicht. Dann können wir einfach mal gucken, was es überhaupt gibt. Minus h Und hier wird das Ganze dann einfach mal aufgelistet. Es gibt quasi nur das normale Upgrade. Ja, also wirklich ein sehr schönes, eine sehr schöne Übersicht hier auch. Kann man hier wunderbar sich alles mal durchlesen. Auch auf Deutsch. Auch das ist immer unfassbar gut, dass das funktioniert auf Deutsch. So, ich werde jetzt einfach dann das Ganze ohne Dist machen. So, Upgrade und ja, jetzt heißt es nochmal abwarten, bis die Installationen dann durch sind. So möchten sie fortfahren? Ja, möchte ich. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier auch einen Fortschrittsbalken, so dass man dann auch sehen kann, wie lange es denn mit dem Upgrade noch dauert. Und hier sind dann auch alle Programme aufgelistet, mit der alten und neuen Versionskennzeichnung. Also es ist alles sehr, sehr viel schöner, aufgeräumter und übersichtlicher, als wenn man das Ganze jetzt direkt mit Abt macht. Allerdings ist es überhaupt kein Problem, Abt eben zu benutzen. So, während die Installation jetzt hier in Ruhe durchführt, werde ich mal ein neues Unterfenster machen und werde mal noch einen kleinen Trick. Nun ist es ja so, dass Do As geht ja jetzt nicht so leicht von der Hand, wie zum Beispiel sudo. Viele, die sudo gewohnt sind, die werden ausschließlich sudo auch verwenden und immer wieder, wenn sie irgendwas machen wollen, sudo eingeben, auch wenn es versehentlich ist. Und damit man das nicht versehentlich macht, gibt es auch die Möglichkeit, einfach einen Alias sich festzulegen und dazu öffnen wir einfach die bash-rc-Datei, das machen wir mit vim und dann . bash-rc Das ist im Prinzip die Konfigurationsdatei für die bash-shell. So, da sind schon einige Sachen eingetragen, das braucht jetzt aber nichts zu erschrecken, man kann sich hier einfach mal durchscrollen und einfach auch schauen, was einem hier so gefällt. Hier gibt es schon einige Aliase, die vielleicht schon vorgegeben sind, wie zum Beispiel der Alias LL und LA und so weiter. Wie gesagt, das kann man dann von sich aus einfach noch zusätzlich eintragen. Hier gibt es aber auch schon einen Hinweis darauf, dass man für die Aliases durchaus eine separate Datei nutzen sollte, zum Beispiel die .bash-Aliases. Das will ich mal schauen, ob wir die auch verfügbar haben. Ich werde jetzt hier einfach mal wieder rausgehen und mit ls-la mal schauen, ob wir diese bash-Alias haben. Haben wir nicht. Ist aber nicht so schlimm, dann erstellen wir die einfach mit vim und dann .bash unterstrich Aliases. So, dann legen wir die jetzt an und ich möchte jetzt einen neuen Alias erstellen und dieser Alias soll lauten sudo. Also immer wenn ich sudo irgendwas eingebe, machen wir ein ist gleich, dann soll er daraus ein do s machen. Das ist im Prinzip der Alias und wir gucken gleich mal, ob das überhaupt funktioniert. Einmal speichern und jetzt müssen wir die bash-RC aber noch mal neu laden. Das können wir mit source .bash rc dann ist die neu geladen und jetzt kann ich noch mal probieren ob das funktioniert sudo zum Beispiel vim mit sudo öffnen sudo vim test .txt so na jetzt funktioniert das jetzt steht dann auch vorne do as hier in Wirklichkeit wird do as aufgerufen anstatt von sudo ja und dann kann ich jetzt hier das passwort eingeben und schon nutze ich quasi jetzt den text editor mit root rechten und ohne dass ich mich da irgendwie großartig umgewöhnen muss kann ich jetzt quasi ganz normal weiterhin sudo verwenden wie ich das vielleicht in der Vergangenheit schon gewohnt bin anstelle von do as und do as wird dann aber automatisch aufgerufen anstelle von sudo so das nun mal so als kleiner tipp so wir gucken mal wie weit die Installation ist ja hier sieht man drei Minuten braucht das Ganze noch und hier haben wir den Fortschrittsbalk also Nala ist da wirklich sehr sehr schön übersichtlich und nutzerfreundlich so was gibt es also noch abschließend zu seduction zu sagen ich finde seduction bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit denn dieses Betriebssystem ist durchaus sehr sehr gut geeignet für Anfänger und auch für Fortgeschrittene hat eine absolut stabile Basis nämlich mit Debian und selbst wenn man den Unstable Branch nicht haben möchte mit dem Upt Paket Manager und überhaupt mit den Debian Mirror Listen kann man jederzeit auch auf einen Stable Branch einfach wechseln und dann kriegt man natürlich auch nur die Stable Sachen wie bei Debian Insgesamt finde ich auch den Aufbau der Webseite und den Support sehr sehr schön auch die Spracheinstellung dass das alles gleich von vornherein wunderschön funktioniert ich finde da sollten sich andere Betriebssysteme auch ruhig mal in der Scheibe von abschneiden wenn es um dieses Sprachhandling geht somit kann ich Seduction auf jeden Fall empfehlen wirklich für alle auch als Anfängersystem aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet 1 2 1 2 3 4 5 6 6 6 6